hallo und herzlich willkommen zurück zu tdt mit dabei ist der präsident von den demokraten der rieper und von den republikanern der abort oder feier und er hat es dort jetzt wie können das würde ich eigentlich auch am anfang sagen aber ich hab's der feld von einem Titel von früheren VWB war aber das ganze hier einleiten und damit geht's jetzt ja los so sich hätte ja viel Ehre das gehabt zuvor Cookies-mäßig so yes you're hein, ist das so viel geiler ist ja wir sind eben Alter, machen wir doch nicht die Schufe der Nase zu wir müssen hier die sicherheit der nation besprechen internet ist für uns alle wer hat sich gerade mit einem X-Wi-Fast gekippt ein Zitat von wann war Neumann der ist gestorben, alle X-Wi-Fast Leute, ne ist tot X-Wi-Fast hat ihn getötet nicht cool und ich bin auch fast tot da oben hinter uns ist einer gestorben deswegen der Traitor muss nach oben sein ja hat er knapp in den Sicherheitsraum von Barack Obama nein glaub hab Angst vor dir ach so, ok, dann bleib ich im Sicherheitsraum und du K-Pack-Cainst die Traitor ok weil weil, weil Snail war ja Inno und du ja, aber Snail, Snail hat dir auf X-Wi-Fast geschossen weil er, er so zerkratscht doch Experte scheißdinger dass er sich so umbringt, das dachte ich jetzt nicht was ist das scheißdinger? war das meine Schuld? hab ich was tot gemacht aus Versehen hier drin? oh, hier liegt ein Toter ach wow so gar nichts läuft bei uns den hast du doch umgebracht echt? ja hm hm wir sollten beide oder oh nein tut mir nicht weh ah waaat ich hab ja waaat 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 das ist so traurig eigentlich waaat waaat ich hab Beute oh hi hallo verdammt 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 ich war kurz davor zu sagen dass es 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 ist ich hab in dem moment die gelbe Spur gesehen, da hat er abgedrückt deswegen hab ich auch noch was gesagt, ich würd grad Reeper waaat weißt du nicht ohne ihn die killte die werden für das fass schießen. ich wusste Präsident wann war du hast auf das fass geschossen ja aber die kraft, das hast du vorher geschossen, dass das nicht gekillt hat geschossen aber das andere das Hinti-Beer war mich auf 42 g-baller wegen dir solle jemand nichts besseres bringt, kriegst du schon mal einen Punkt von mir hee dankeschön So Leute, USA hat jetzt Wahl, die haben jetzt neun Präsidenten, also eigentlich ne Präsidentin, warte. Warte, stell dich mal neben mich bitte. Och Mann, Mann, Mann. Das ist Merkel. Präsident Merkel. Merkel? Hallo Mrs. President. Weil das ist ja so schlimm, ne. Internet is all new land for our. Genau das war's damit. Internet is all new land for our. Da war ein Bischofsberg. Ey, da oben ist doch gar nix waren, war. Da ist nix, ja, aber hier ist ne Treppe, wo man wieder runter kann. Ach so, gut. Alter, die meine ich. Die Tür kommt man ja nicht rein, oder? Ja, ja, ja. Leider. Wo bist du denn in deinem Schutzbunker? Warte, warte, warte mal die Tür. Ach, das ist ne Echse. Soll ich dir was anderes zeigen? Komm mal mit. Ach, die Lampe hat voll das merkwürdige Physik-Modell. Ja, ich will dir noch was schöneres zeigen. Ja, festgestellt. Weil ich tot bin, es ist da, wo? Alles geschafft, gut. Umgekehrt, wenn ich tot bin, war es Cyber. Oh, nein! Huch! Loll! Äh. Was? Ja, ne? Pluppert sogar. Ja, es macht irgendwie komische Furzgeräusche, wenn man durchgeht. Voll süßig. Das ist voll klein da rum, ich hab mir mehr erwartet. Panik! Stört man da unten? Stört man da unten? Nein, nein, das macht nur kurz Furz, wenn man drüber latscht. Alter, du wachst da durch, oder? Kann das sein? Warte, ich mach dir mal die Platz. Ey! Ey! Oh, da liegt ne Diegel! Ey, du hast geschossen! Ich hab keine Diegel, du hast ne Diegel! Ey, ich hab ne Diegel! Ey, ich hab ne Diegel! Cyber! 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 Was? Da hinten wurde gemordet! Hä? What? Ich find hier keine Leiche! Aber ich hab noch ne Diegel gefunden! Mit Munition! Weißt du, wo die beiden anderen sind? Echse! Mit wem redest du? Ja, hast du gesehen! Wir wissen, wo Wanva und, äh, Snail sind, deswegen! Boah, das wird sich dann mit deinen Tee-Kollegen gesprochen aus Versehen! Ja, mit Navo! Ja, und? Wow, fuck! Wo ist, wo sind denn jetzt Wanva und Snail? Wen hast du als Target? Ich hab also Wanva als Target, aber das Problem ist, ich hab keinen Radar mehr! Ja! Kannst du was denn auch? Hallo! Hallo! Na Gott! Ein heiliges Feld! Oh, wer läuft denn da? Nein, Wanva! Wanva schief! NEE! Ne, gut! Also, ich weiß ja nicht! Tut mir leid, ich hab jetzt alle, ich hab, äh, wo du hast den Weepa umgebracht habe, oder? Äh, ne, da muss man... Nein, ich hab, glaub ich, Wanva gekuppert! Jaaa! Echt? Ne, warte! Ne, 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 X hat mich erschossen! Der hat einen Headshot! Und du? Ich hab anderen Headshot da unten gegeben! Also, es war auf jeden Fall, also, die Schauspielfähigkeiten, also... Hexen bringt immer dasselbe, das, äh, also, damit wird ja kein Glütenbaron mehr! Stimmt ganz klar! Huch, das waren ein paar mehr als ich dachte. Oh, da ist noch eins. Kann man hier nicht irgendwo in den Pitche Patsche rauben? Doch, hier, hier. Komm zu mir. Ich wollte hier gar nicht essen. Hier ist ja jetzt nicht so viel. Ach, hier ist das durch dieses kleine... Durch das kleine... Hier ist eine Leiche. Es geht an die vier vorbei. Na, lass mal in den Pitche Patsche rauben. Ey! Ja, ne? Epa, was sagst du dazu? Das hier eine Leiche ist. Wie von Starboard? Ich hab keine Ahnung, was der Sinn dieses Raus ist. Ach so. Das ist bestimmt... Hier, wie nennt man das nochmal? Wenn man eine Toilette aushebt, eine Latrine. Das ist hier der... Der Abfluss. Ne, lebst du noch? Ne, ist durch Reapers Märtyrer gestorben. Anscheinend. Ich hab ne Märtyrer gehört. Wo genau die hochgegangen ist, weiß ich nicht. Aber es muss dann anscheinend... Ja, hier liegen zwei Leichen. Warte, ich hab da gerade... Ey! Das war klar. Wo? Ist jetzt gerade ernsthaft? Das Ding weggepackt? Hm. Fand ich nicht un... nicht nett. Jetzt ist jetzt die Frage, wo... Ist der noch irgendwas? Nein. Schade. Hm. Kommst du nach wo? Ja, ja. Ich war nur gerade auf der Suche nach meinem Item, aber es ist anscheinend echt weg. Menno. Kannst du wenigstens sagen, ob du unten oder oben bist? Unten. Ah, gut. Wenn du jetzt nicht gerade gelogen hast, aber... Welchen Grund hätte ich? Weil ich hab die Schüsse aus nächster Nähe gehört, deswegen. Verdammt. Hey! Macht mal nicht. Ich weiß schon, dass du da nicht... Ich weiß schon, dass man durch die Scheibe hier nicht durchschießen kann, ne? Welche Scheibe? Achso, die meinst du. Du siehst mich nicht? Hast du das nicht mitbekommen? Nein. Das hab ich nicht gesehen. Alter! Das ist nicht... nicht cool. Gar nicht cool. Wie war's? Das war irgendwie... Das burnt gut. Äh... Noch eine! Oh nein! Oh nein! Sehr schön! Scheiße! Scheiße! Da fällst du einfach rum! Wie? Hast du mich einfach gebessert? Juck! Schade! Warum sterbe ich in der letzten Zeit niemals erst? Hat die zweite Brand dich auch getroffen, Navo? Ja. Nö! Aber du warst halt vor mir und vor's Target. Was? Ob die zweite Brand dich auch getroffen hat? Ja, die hat mich auch getroffen. Das war schön anzugucken. What? Ah, schade. Ah, schade. Da fällt doch hin. Rückwärtslaufen ist nicht immer von Vorteil. Ach, was. Er hat sich hin. Ja, hier unten sollte man vorsichtig sein. Irgendwie ist die Schwerkraft hier mehr als sonst. Ist mir auch schon bewusst geworden. Was guckst du so aus, ne? Ähm, ich guck auf mein Target ein bisschen. Achso, ja. Weiß nicht. Oh, das bist du leider nicht. Oh, du hattest Glück, Sagabot. Eigentlich wollte ich dich eher schießen. Äh, naja. Eher schießen. Ja, dann bist du lieber Melch. Mein Lieblingsdafer bringt dich damit um, stimmt's. Wie viel? Ja, damit die Demütigung noch größer ist. So. Heute einmal in der Pressekonferenz kommt der andere Pressekonferenz drauf. Wo ist denn Abo? Gibt's nie eine Pressekonferenz drauf? Aber der ist auch Gott, das will nicht auch im Erdgeschoss. Der im Erdgeschoss ist der, wenn du die eine Tür ganz durchgehst. Die Tür im Erdgeschoss, die zum Treppen ausführt. Normal bei der größeren Version. Äh, was? Hier ist ein Nabokra. Ihr seid im, ihr seid bei einem Treppen im Erdgeschoss. Nein, 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 nein. Und geht rechts komplett durch. Wartet dich für euch hin. Ich bin beim Ohren Office. Wer ist für euch hin? Dann hält Präsident Clay eine Ansprache. Ich hab den Feuerlöscher, ich will aber mitnehmen. Beepa, hier. Beepa, hier. Beepa, hier. Wow, Snail, 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 Navo. Was? Nein. Ich dachte eigentlich, Snail ist eine Ansprache, aber... Nein. 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 Okay. Snail hat jetzt angeblich... Hast du Wann war erschossen, Snail? Äh, nein. Der ist umgekippt. Der hat Herzinfarkt. Hättest du es nicht so gesagt, hätte ich vermutet, dass du... Inno hilfst. Aber jetzt bist du wirklich auch Trader. Wieso? Wenn der ein Herzinfarkt hat. Du hast nur Navo confirmed. Ach. Guck, der hat hier ein Herzinfarkt gehabt. What? Herzinfarkt. Sind doch bestimmt hier, oder? Nein, da sind sie nicht. Äh, ja. Komm, ich ruhe hier mal mein Glück. Na, der lebt's Navo. Reepa lebt ja auch noch. Ja, der lebt noch. Naja, so viele Punkte habe ich nicht. Wir sind sie nicht, ja. Achso, ich muss ja noch die Todesart auswählen, stimmt. Es gibt's... Ne... Ach komm, ernsthaft, wenn du das jetzt machst. Ach, du hast so'n Glück, ey. Ah, nein, mach's gut! Jawoll! Wir sind die ganze Zeit vorbeigelaufen, für mich war. Oh, gut. Tori! Alter! Also, Navo... Snail war schuld. Ah, wacke. So war ich schuld. Ja, weil ich eigentlich auf dich schießen wollte, aber Navo stand halt so direkt hinter dir. So, da war der nicht auf sie geschossen. Der war die ganze Zeit im Office dort, dort wo Navo eben war. Weißt du, ich will dich umbringen, lauf dir hinterher, denkst so, okay, ich mach dich dann mal tot. Du holst dich eigentlich nie jemand die Liege. Und dann... Reepa, du bist grad mitten an der Liege vorbeigelaufen. Reepa, du bist grad mitten an der Liege vorbeigelaufen. Rufst du mit mal Snail, wo ich gedacht hab so, hä? Das hat dich verwirrt. Ja, ich hab irgendwie, weiß der auch nicht. Und so wie da aussieht, nimmt Cyber das Erbe von Freak an. Ach, hallo Cyber. Hallo. Wer ist Freak? Was ist das eigentlich? Das ist gar nichts. Das hört sich an wie das Erbe von Slytherin. Ja, unser Snail darf das jetzt haben. Ja, er ist der Professor Snail. Oh. 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 Ich will ins Konferenzzimmer. Konferenzzimmer. Was ist hier hinten? Hier. Kommsa. Wir müssen doch die anderen holen. Wir müssen doch die anderen holen. Ich hab keinen Bock auf der Konferenz mit dir. Ach komm. Das ist der Konferenz zur Sicherheit. Hier ist eine unsicherheit. Hier ist ein Feuerlöscher, damit du die Insys löschen kannst. Ich bin ein Toy. Bringst du mich zum Konferenzraum? Nein, nein. Bestimmt. Ach, das ist der Konferenz. Kommen Sie mit, Stay. Hallo. Das ist nicht der Konferenz. Das ist auch wie ein Versteigungsraum. Ich glaube, Rieper hat gerade geschraubt, aber halb. Da liegt irgendwas. Irgendes Konferenzzimmer. Hier ist eine unsichtbare Wand und man kann nicht fest... Wow. Oh, holen Sie mit. Hier ist ein Raketenwerfer. Was ist das? Rollerweins, Borna? Ja, das ist ja klar. Aber was passiert jetzt? Wo sind die alle? Die Rollerweins, komm. Nein. Ich will die... Wow, Salma! Das ist die Konferenz der neue Waffe. Oh, da kommen sie. Ich hab Angst vor dir. Ja, komm, wenn Sie schon eine werfen, dann werden wir auch weiter. Okay, da geht's weg, da geht's direkt. Ja, okay. Na, ich hab's geworfen, aber ich will, dass Sie da weggehen. Sie sind ja Präsenzler, also... Seid mal ganz kurz leise. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Geräusch? Rollerweins. Ach du Scheiße. Nein, hier ist ein Cloaking-Device unten bei mir. Wo sind denn die Rollerweins? Äh, hier unten sind nur drei Leute. Cyber, Navo und ich. Oh, hier sind die Rollerweins. Scheiße, 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 scheiße. Ich hab ein Cloaking-Device gehört, ich krieg' Paar. Also ich sehe Cyber, Cyber dürfte mich sehen. Ja, ich sehe die von. Ey, wer hat denn die Rollerweins gesetzt? Da ist der Navo. Scheiße. Man kennt ja noch Rollerweins. Das sind die Rollerweins Navo und ich die Cloaking-Device. Hm. Au. Meine Güte. Das passt auf. Ich dachte gerade, du hättest Navo erschossen. Nein, die hat die Fässer erschossen. Na dann. Aber Navo. Ist auch noch, Snail ist jetzt auch noch hier. Navo, ne Begründung, dass du die Fässer erschossen hast? Was? Hast du ne Begründung, dass du die Fässer erschossen hast? Ich hatte gedacht, das könnte ein Prop Disguiser gewesen sein. Ja, aber die waren doch unschuldig. Ja, okay, das tut mir leid. Das sind die Gefühle, die du verletzt. Ey, ich schieße doch wieder. Äh. Hä? Snail, im Keller. Ja. Snail war wirklich. Ich habe ein Messer fliegen gesehen. Eplodiert. Gut. Okay, wir sind inno. Irgendwo ist hier ein Messer noch rumgeflogen. In diese Richtung. Ach hier. Ich hab's nicht. Advanced Disguiser. Ja wunderbar. Ach so, Exe war das. Ach. Ja gut, Advanced Disguiser, ne? Was will man dann? Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also, ihr da oben, ne? Wer lebt denn noch? Also, ich höre immer noch ein... Ach ja, Snail muss dann ja auch tot sein, wenn Exe das von Snail hat. Ja, oder er ist sein Partner und hat sich die abnehmen lassen, die DNA. Ja gut, Snail kann man aber auch irgendwie im Fall töten dann eigentlich. Ja. Ja und Reaper? Reaper darf... Snail bekämpfen. Wenn er noch lebt. Ich lebe noch, ja? Ah, schade. Übrigens... Ihr habt keinen Wegbezug, dass ich Snail noch nicht gesehen habe, Reaper. Ich hab's nämlich Snail gekaut, als er noch gelesen hatte. Dann hat Reaper ihn nirgendwo gemacht. Allein, dass du sagst, du weißt nicht, was die Roller war jetzt. Ich benutze noch Saison und du. Wir haben überlebt. Alter. Da schieß ich einfach mal. Äh, äh, äh. Ach, schade. Ich hätt die einfach so losballern sollen. Mir war langweilig. Irgendwann wollte ich einfach mal meinen Target umbringen. Ich musste erstmal Snail irgendwo hinfolgen, wo er alleine ist. Ich war mit Snail die ganze Zeit alleine, hättest du ihn umbringen können. Ja, super. Irgendwo am hintersten Welt, äh, äh, andersrum. Am hintersten Welt der Arsch. Arsch der Welt! Ernsthaft! Hahahaha, nein! Was ist zur Helle passiert? Ist Exe jetzt gestorben durch... Gründe? Ja, begründet. Ja, begründet. Exe. Warum ist er tot? Nein, Scheiße! Ich bin im... Bring... Die Entsche Wirt und ihr hoch. Sorry, ich muss das erklären. Bei mir und die Preparin zeigt, ich habe das nicht gezeigt. Oh, ich bin beim Preparin untergesprungen und bin in der ersten Sekunde gestorben. Hi Cyber. Ups. Hi Namo. Hast du Sinn? Ich hab kein Detail gemacht. Und wenn ich tot bin, war es Cyber. Dann liegt einer von uns beiden hier unten, ne? Vorsicht, das brennt! Aua! Komm her! Komm her! Oh, hier hat jemand einen Wäppel. Okay. Ja, ihr schaust. Äh. Wenn ich tot bin, ist das Wahnbar. Spring doch mal! Ich will mich runterschubsen! Höh? Lohnt. Die... Die... Die Verführung war schon da, das stimmt. Äh. Boah, Snake! Was? Ja, ich komm nicht... Mein Snake, du schießt jetzt mal! Alter! Kommentieren, ist noch ein interessanter... Dann fährt er einfach weg. Oh, Snake ist tot. Ja, ich hab ihn gekillt. Ja, ne? Hat er dich angegriffen? Ja, ich hab 17 HP. Hi Wahnbar. Ja, gut, das ist äh... Also schon ein bisschen. Wenn ich jetzt tot bin, ist das Reaper. Da ich dich jetzt gerade am Leben gelassen habe... Ein Falschdol... Mh, 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 Mh. Ja, aber trotzdem bist du noch nicht ganz safe. Ja, wie soll ich mich denn safe machen? Ich hab Cyberbot nicht gekillt. Der hat gerade die Feuerschutztür geschlossen. Lass mich rein! Ja, ich glaube nicht, dass das... So, noch möglich ist, oder? Machst du die Lücke! Machst du die Scheiße hier! Hallo, das heißt Mut zur Lücke! Ich weiß, warte, ich gehe in meinen Notpunkel. Du kannst nicht mal! Oh, hi. Wuch, das war knapp, glaube ich. Oh, hier ist noch ein Fest hier in... Wann war? Ja, was denn? Hast du gerade Reaper abgeknallt? Nee, Reaper dürfte noch leben, glaube ich. Der lebt bestimmt noch. Hier ist nur ein großer Blutfleck. Das war Random Cyberbot! Fass! Nein, der hat doch Reaper gerade... Nein, hat er nicht! Du hast doch kein Beweis! Aber er war voll nicht! Der war als Notwehr! Der schiebt doch erst mit Wann war Schie! Alter, mit 17 HP, dass ich mir nichts mehr antun! Alter, ich hab vier HP noch jetzt am Schluss gehabt! Ich wusste jetzt, als gut das war, dass Wann war ist, weil der ganz kurz zwei Faszinator in der Hand hat. Naja! Sonst hätte ich es auch nicht gewusst, dass Wann war ist. Oh, nee, das haben wir auch. 10! Der schiebt mich erst mal auf 17 HP! Nee! Ja, du warst noch mein Target! Ja, Alter! Nee! Hat ja nicht ganz so funktioniert mit dem Target, was? Oh, jetzt hast du Glück gehabt! Jetzt hast du Glück gehabt! Sag mal! Du warst nicht mein Target! Was willst du? Dass du nicht mein Target bist, ist leider schade. Wow, toll! Wo sind wir, fahr ich hier runter? Ach, mit Narbe, da hab ich keinen... Ey, das ist ein Scheiß! Ich glaube, wir drücken erst mal einen Knopf! Ich hab ne Huge! Ich hab ne Huge! Ja, gut, da hab ich auch! Ey, du warst schon weg! Und der hat ne Brand! Da hab ich auch! Ähm, die kommt runter! Hier brennt! Warmes Geschäft, würde ich sagen. Heiß, 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 heiß! Vorsicht! Nicht da! Nicht da! Nochmal! Und warten, drittes! Genau! Nicht durch, das ist meins! Äh, Auffass, warte mal! Ich... Ich kann grad... Ich weiß... Alter, los! Wow! Hat das Schaden gemacht, Narbe? Au! Das hab ich auf... Das auf... Da hab ich doch geschossen grad! Ich hab das fast... Hinter mir, Narbe! Narbe! Narbe ist doch schon... Ah, komm! Tot, dachte ich! Erwe, danke für die Shotgun! Aua! Oh! Oh! Nein! Ich hab ihn erschossen! Weiterhin! Was kommt denn nicht zu? Ich komm da um die Ecke, guck mir, dass die Leiter... Moment mal... Leiche? Siwa! Leiche? Siwa! Der sagt nix! Ich hab erlässt... Das ist ein Klär! Das ist ein Henner! Das ist ein Klär-Regel, wenn man sowieso nicht darf! Wieso ruckelt's grade? Ja, hab ich auch grade! Jo! Es haben was abgespielt! Äh, eh! Obwohl, vielleicht, 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 vielleicht kommt noch was! Ja, 22 Minuten, dann ist die Folge halt was kürzer! Jo! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Bye-bye! Nee, ich wollte ne Absage machen! No we can't! Das haben wir die Sohle festgestellt! Ciao, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.